Und dann haben wir ein Problem in Deutschland, dass Deutschland zerreisen wird. Das ist das Rassismusproblem. Wir würden uns an keinem Krieg mehr beteiligen. Und wir würden nicht mehr zulassen, dass Waffenlieferungen in Krisengebiete geschickt werden. Daran sehe ich wieder, wem von denen soll ich vertrauen? Du sollst ja keinem von denen vertrauen. Also wieso soll ich jetzt dann dir vertrauen, Jürgen? Ich muss dich doch wählen. Stimmt die Geschichte, Iran hat sich bei dir gemeldet, damit du einen Kontakt zu USA herstellst, weil die irgendwas dealen wollen? Was glaubt, Freunde? Mein Name ist Russ, eine neue Folge von Was Los? Freunde, yes, yo, ich habe mich getroffen mit Jürgen Tottenhoeffer. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Ja, ein Mann, der bekannt natürlich als Autor hat, vieles gemacht. Er war 50 Jahre in der CDU. Ja, der Mann ist 80 Jahre alt. Jetzt aktuell ist er am Start mit einer eigenen Partei und versucht, in den Bundestag zu kommen. Ja, Bundestagswahlen sind ja demnächst. Wir haben viel gequatscht, auch über seine Erlebnisse im Nahen Osten. Was würde er an der Politik ändern wollen, wenn er gewählt werden würde? Und so weiter haben wir alles gequatscht. Es gab im Vorfeld viel Lob, dass ich ihn eingeladen habe. Es gab aber auch Kritik. Ja, so viel muss gesagt sein. Freunde, ich würde sagen, ich halte das Intro kurz. Viel Spaß mit dem Talk und wir sehen uns am Ende in der Folge wie immer noch einmal wieder. Ja, es läuft Ton, es ist gut. Check, check, test, test. Bei mir ist es eh immer gut. Ich habe eine sehr laute Stimme eigentlich. Ich bin so ein vorlauter Typ. Ich habe kaputte Stimmen im Augenblick. Ja klar, du bist ja auf Promoreise. Ja, und vor allem, du redest im Freien, da ist wahrscheinlich die Stimme, da ist mal feucht, mal heiß, mal kalt. Ich brülle? Brülle? Temperamentvoll. Aber es ist auch wichtig. Ich wollte gerade sagen, es geht ja gar nicht anders. Es geht ja gar nicht anders. Ist es nicht so, dass man die Leute über Themen ja gar nicht mehr abholen kann? Das ist so meine Theorie. Nein, also ich bringe ziemlich viele harte Fakten und Sachfakten und dann wird es auch mal emotional, aber dann ganz viele Sachfakten. Und ich wundere mich, dass die bei Fakten reagieren. Also wenn ich etwas über Elterngeld spreche, wo ich denke, also habe ich vorher gedacht, das interessiert die nicht. Boah, gehen die richtig ab, weil die genau wissen, was das für ihr Leben bedeutet. Ah, okay. Ja, klar. Die Sache ist, ich denke immer, was ich meinte mit Fakten, also klar, ein paar Hauptfakten, die tragen einen mit so, das ist das Image, was man dann hat. Manchmal sind ja so, ob man jetzt, also jetzt politisches Spektrum links oder rechts ist, werden einem ja auch Fakten zugedichtet, die einfach über die Jahrzehnte zu diesen Spektren sozusagen zählen. Deswegen dachte ich, die Leute sind so politikverdrossen oder abgehärtet bei diesen Sachen, dann wollen die mal neue Sachen hören oder andere Sachen. Und so Fakten wie Elterngeld, was ja sehr wichtig ist, was direkt mein Leben verändern kann. Total. Du stirbst nicht total ab, wenn du bei den Kindern bleibst. Ja, dann denke ich, warum interessiert die Leute das weniger als, keine Ahnung, Flüchtlingsthema, ist so krass und so viel präsent. Dann denke ich so, okay, die Leute wollen nur shocking. Also es geht gar nicht mehr um, was weiß ich, Krankenkasse, Rente, Kindergeld, Kita. Ja, wenn du, klar, aber wenn du zeigen kannst, wo Ungerechtigkeiten liegen oder Ungereimtheiten liegen, wenn du also hingehst und sagst, da kriegt einer so und so viel, verdient so und so viel hundert, das ist zu wenig. Aber wenn du das unterfüttern kannst mit einem Schicksal, dann folgen die Leute einem schon, glaube ich. Du meinst also mit Beispielen? Ja, ja, klar. Beispiel ist immer das Beste. Ja, ja, das denke ich auch. Jetzt sind wir schon mittendrin. Es ist unglaublich, also damit es klar ist für die Leute, ich darf den Jürgen duzen, das habe ich vorher gefragt, das heißt keine Respektlosigkeit, obwohl das ein bisschen ungewohnt ist. Aber entschuldige mich, ich habe immer noch nicht vergessen, dass ich eigentlich immer der Jüngste war bei allem, was ich gemacht habe. Ich komme ja immer noch als der Jüngste vor. Immer noch. In der Politik? Da bin ich mit 31 im Bundestag gekommen. Ja, ja, genau, da warst du ja schon. Und in der Schule war ich der Jüngste. Und das Gefühl, und als Manager war ich der Jüngste, habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich bin zu jung. Und das hört dann nicht auf, wenn du plötzlich alt wirst. Du hast immer noch das Gefühl in dir. Aber du hast vielleicht deswegen das Kämpfen gelernt, das Durchkämpfen, Durchsetzen. Ja, ich musste, ich war in der C-Jugend, als Jugendlicher im Fußballverein Spielführer. Und das spielten wir in Offenburg manchmal vor der Hauptmannschaft. Da waren dann schon ein paar hundert Leute da. Und ich war der Kleinste, aber ich war der Spielführer. Und ich wirkte noch immer mein ganzes Leben viel zu jung und hatte noch keinen Stimmbruch. Und dann haben die das Publikum, hallo Kleiner, darfst du schon spielen? Hat deine Mutti dir das erlaubt? Und so in dem steht, ganz große Scheiße. War nicht lustig. Und dieses Gefühl, zu jung zu sein, habe ich eigentlich immer gehabt. Ja. Weil wenn du das viele Jahre hast, die ganze Schulzeit und dann die ganze Anfangskarriere, dann hast du so ein Gefühl, dass du jung bist oder zu jung bist. Ja, Jürgen, weißt du, wann ich dich das erste Mal, weil du mir das erste Mal aufgefallen bist, auf dem Weg zur Uni. Ich bin immer am Berliner Platz in Essen, wo ich zur Uni gegangen bin. Das eine Haltstelle entfernt, da geht man mal was kurz essen, wenn man irgendeine Vorlesung hat. Aber Pause hat man nicht zwischen den Vorlesungen. Und dann gab es ein Plakat, ey, das war so lange da. Und das war so unmittelbar vor meiner Haltstelle, hat mich mit den Gleisen sozusagen, es trennten mich die Gleise von diesen Plakaten, da stand da so, ich glaube, es war Said, warum tötest du? Oder sowas ähnliches. Warum tötest du Said, ja? Ja, oder warum tötest du Said? Und ich habe das jeden Tag immer gesehen und immer, ich habe gar nicht gecheckt, was ist es? Ich war einfach damaged von Uni und irgendwann hat das angefangen bei mir so, ist das eigentlich ein Buch oder was? Worum geht es eigentlich? Man ist ja so werbeblind, man checkt es ja immer gar nicht, die ganzen Plakate und so. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, später, das muss Jahre später gewesen sein, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre später, dann natürlich das Video, was komplett viral gegangen ist. Und du bist auf einmal mit deinem Sohn im IS, im Staate IS oder im IS-Staat oder wie man das nennt, keine Ahnung, und sprichst da einfach mit so Leuten. Dann dachte ich so, ach, das ist dieser Typ, der dieses Buch geschrieben hat. Und seitdem immer mehr medial präsent für mich zumindest, keine Ahnung. Jetzt, wo du am Weg gehst, habe ich dir mal deinen Wikipedia-Antrag mir angeguckt und habe so gedacht, wo soll ich anfangen zu lesen? Was hast du für ein Leben gemacht? Sollst du gar nicht lesen, das meiste ist falsch, gell? Achso, okay. Ja, darüber gehen wir auch hin. Aber ich habe so gedacht, was hast du für ein, du hast ja gelebt für fünf. Ist ja unglaublich, was du alles gerissen hast. Oder zumindest erlebt hast, sagen wir so. Unglaublich. Ja, aber das ist auch Glück und ich bin dafür dankbar. Ich habe ganz viele Gelegenheiten gekriegt, was zu machen. Ich kannte einen führenden Unternehmer in Deutschland aus der Schule. Der kannte Hunderte von Leuten. Der hatte Hunderte von Menschen, mit denen er mehr befreundet war als ich. Aber ich kannte ihn. Also dann einen brauchte von den vielen Hundert, kannte ich ihn. Und der kannte mich dann aus dem Bundestag und hat gesagt, du machst das. Oder ich kannte einfach einen früheren Bundeskanzler. Ja, das passiert ja auch. Und dann hat der Kohl mir gesagt, vorhin sind wir im Bundestag. Aber das ist natürlich ein Glück, ein Zufall, dass ich den kannte. Kannst du kurz erklären, wo du Kohl hergekannt hast? Ich habe Kohl, also ich war zwei Jahre lang, ich war ja 50 Jahre in der CDU. Unglaublich, darüber müssen wir auch mal reden. Ist das 50 Jahre ein Fehler oder was ist das? Das war eine spannende Erfahrung. 50 Jahre. Ihr dürft eins nicht vergessen. Die CDU ist jetzt eine etwas eingeschlafene Partei, aber die hat dieses Land aufgebaut, die hat die soziale Marktwirtschaft, die hat das Wirtschaftswunder geschaffen, die hat in den Anfangsjahren große Verdienste. Und das war ganz anders. Also es war vieles anders. Zum Beispiel unter Kohl flog man, wäre jeder aus der Partei geflogen, der gesagt hätte, wir müssten mal einen Krieg führen. Heute fliegst du aus der Partei, wenn du nicht mitmachst. Ja, wenn du nicht mitmachst oder es ist so oft gesagt, es ist so oft gesagt, man hat keinen Bock mehr zu hören. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja hier auch, auch hier gab es Internetschwierigkeiten, haben wir auch Kohl zu verdanken. Ja, das haben wir Kohl zu verdanken. Aber okay, Kohl haben wir einiges zu verdanken. Aber wo ich so gelesen habe, also ich meine, wenn man sich mit den Sachen beschäftigt, was du so sagst, also deine öffentliche Persona, Facebook, Instagram, da bist du ja gut aufgestellt, muss ich sagen, viel besser als andere Politiker, witzigerweise so. Und ihr seid gut organisiert, was man so hört. Aber dann so liest, 50 Jahre CDU, keine Ahnung, 20 Jahre Burda Verlag. Dann denkt man so, hä, lese ich gerade über denselben Menschen? Warte mal, das müssen halt zwei Menschen gewesen sein. Es muss irgendwann in deinem Leben eine miese Umbruchssituation gewesen sein. War das so, was man, ich denke mir, das muss diese Amerika-Afghanistan-9-Eleven-Situation gewesen sein, wo du vielleicht ein Umdenken stattgefunden hast? Ich weiß es nicht. Also du hast da sehr gescheit analysiert. Oder? War auch nicht so schön. Ja, weil das hat eine wichtige Rolle gespielt. Ich war, ich finde auch heute noch die westliche Zivilisation spannend. Wir leben eigentlich ganz gerne im Westen. Ich lebe ganz gerne in Deutschland und du auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich war von vielem überzeugt. Ich war und bin amerikanischer Ehrenoberst. Ehrenoberst? Ehrenoberst, immer noch, obwohl ich die kritisiere, dass es kracht. Und ich bin der einzige deutsche, amerikanische Ehrengirlscout. Was heißt das? Ehrenpfadfinderin. Okay, super. Muss man erst mal wählen, ja. Weil ich 30 amerikanische Pfadfinderinnen als Reiseleiter durch ganz Europa geführt habe. Oh, okay. Also zwölf Länder in zehn Tagen. Und da waren die so begeistert, die Mädchen, dass sie mich zur Ehrenpfadfinderin ernannt haben. Und ich war ein entschlossener Gegner der Sowjetunion, die ich für ein Unrechtregime angesehen habe. Und die Sowjetunion hat Afghanistan überfallen. Im Weihnachten 1979. Ja, das ist sehr lange her. Ja, aber ein halbes Jahr später war ich der erste Journalist aus dem Westen, der zu Fuß über den Hindukusch gekrabbelt ist, geklettert ist. Und dann runter auf der anderen Seite. Und dann habe ich Chalalabad besucht. Das heißt, ich bin zu Fuß durch Afghanistan. Und der sowjetische Pressesprecher hat, der Sprecher von des Generalsekretärs der KPDSU hat gesagt, wenn wir bei einem Empfang für die deutsch-sowjetische Freundschaft, wenn wir den Kerl erwischen, werden wir ihn auspeitschen und dann erschießen. Und in der sowjetischen Presse hieß ich der Bandit im Bundestag und der parlamentarische James Bond. Also die Fronten, ich war ein richtiger Westler. Und dann, und ich habe diesen Krieg bekämpft, ich habe Tote gesehen, ich habe ein Waisenhaus gebaut für die Kinder in Afghanistan, für die Opfer der Sowjetunion. Und dann marschiert, da kam 9-11 und man sagte, Bin Laden sei der Täter gewesen, was möglicherweise so war, aber bis heute gibt es ja keine Beweise. Aber Amerika greift nicht Saudi-Arabien an, wo der Bin Laden herkam. Und Amerika greift nicht Deutschland an, Hamburg, wo die ganzen Terroristen gesessen sind. Ja, die greifen Afghanistan an. Amerika greift Afghanistan an. Und da saßen wir zu Hause in der Küche, die Familie sitzt in der Küche abends. Und dann haben meine Kinder gesagt, so, Herr Ehrenoberst, du hast jahrelang gegen den sowjetischen Krieg in Afghanistan gekämpft. Und jetzt marschieren deine Freunde an. Was machst du jetzt? Jetzt musst du dich halt, also logischerweise auch gegen die sozusagen... Und dann habe ich in der FAZ einen Artikel geschrieben und habe ein Buch geschrieben und habe gesagt, so geht das nicht. Und das war ein logischer Wechsel, weil ich gegen Kriege bin, kann ich nicht gegen sowjetische Kriege sein und dann die amerikanischen toll finden. Ja, aber das schaffen die anderen ja sehr gut. Das schaffen die ja toll. Ganz, ganz schlecht. Jetzt ist aber die Frage, jetzt muss man aber sagen, warum die anderen das schaffen. Also wir Menschen können ja eine Sache sehr gut, wir können uns alle sehr, sehr, sehr gut selbst geißeln und selbst belügen. Wir können uns das ja alles immer richtig reden. Es gibt ja dieses, es gibt ja so eine Statistik, ich will es nicht falsch wiedergeben, aber was ist ein menschliches Weh, also was ist ein Mensch wert? Ein Wesley, jemand aus dem Westen ist immer ein bisschen mehr wert, ein paar Menschen leben mehr wert als jemand in Afghanistan. Man rechnet ja immer, es gibt so eine Rechnung von einer Soziologin aufgestattet, glaube ich, ich weiß sehr lange, dass ich das gelesen habe, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, in Afghanistan passiert was, ein Erdbeben irgendwas oder im Iran oder so, da sterben 50.000 Menschen, dann zählt das nicht so in den Medien, dann kommt es nicht so rüber, wie wenn bei uns, keine Ahnung, oder war ein Deutscher dabei? Also es gibt ja immer diese Werte, die wir, sagen wir mal, voll verinnerlicht haben. Ja, oder es wird ein versehentlich, eindeutig versehentlich ein Afghane totgebombt, durch ein Versehen, es gibt ja solche Versehen und da gibt es Schadenersatzleistungen, da gibt es ein paar hundert Dollar und wenn ein Wästler stirbt, gibt es Millionen Entschädigungen und da hast du, genau, das hast du gut gesagt, genau das meinte ich. Deswegen wollte ich sagen, ein Krieg von der Sowjetunion kommt uns ja böse vor, sowieso, aber ich habe Rambo gesehen, ich weiß doch, die sind böse. Und ein US-Krieg ist ja immer, ja, aber das ist cool. Ja, das waren die Helden in den Filmen, die wir gesehen haben? Ja, also wir sind ja, wir haben uns quasi selbst falsch erzogen, oder? Oder sehr tendenziös. Nein, die Heucheleischminke ist abgegangen. Wir haben immer gesagt und sagen das heute noch, wenn wir Kriege führen, führen wir den Krieg fürs Gute, weil wir die Guten sind und wir kämpfen für Menschenrechte und Demokratie. Und das muss man mal einem Kind sagen in einem afghanischen Krankenhaus oder in einem libyschen, irakischen Krankenhaus und sagen, du liegst da, weil wir gerade für deine Menschenrechte kämpfen. Das ist so beschämend, wie schön wir unsere Morde... Ja, wie schön wir gewissermaßen reden können und vor allem, wie wir bei gewissen Sachen sehr, sehr, sehr schön, wie sagt man das, wir können das so schön blocken, wir können wegschauen. Wir können sehr geile Sachen wegschauen, bei geilen Sachen wegschauen und bei vielen Sachen, da schauen wir sehr, sehr, sehr genau hin. Ja, das ist so ein bisschen trichterförmig. Also ich kann nicht wegschauen, das ist mein Problem. Ist ja gut so, dass es jemanden gibt, der nicht wegschauen kann. Ich frage mich nur, was willst du in der Politik aber? Aber du hast selber gesagt, du hast selber das mal gesagt oder vielleicht hast du das auch einige Mal gesagt, ich habe nur ein paar Interviews gesehen. In der Politik muss man, ich meine, du warst 20 Jahre, 50, ich kann es gar nicht glauben, einer muss meinen Puls fühlen. 50 Jahre länger, als ich lebe in der CDU. Du kennst das Spiel, du weißt es ja, du hast aktiv, weiß ich nicht, 20 Jahre im Bundestag. Man muss hier und da Zugeständnisse machen, auch wenn man vielleicht nicht der Meinung ist, um woanders was zu bekommen. Aber das willst du ja jetzt machen müssen. Ja, habe ich aber nicht. Nein, 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 nein. Im Bundestag habe ich häufig gegen die CDU gestimmt. Also ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel, die Leute sagten, ich sei ein Freund von Strauß, mit dem ich auch mich sehr gut verstanden habe. Weil ich ihn als Mensch ganz anders erlebt habe, als er geschildert wurde. Und dann hat Strauß im Deutschen Bundestag eine Forderung eingebracht, mit der er die CDU praktisch vergewaltigt hat. Er hat gefordert, dass das Flugbenzin verbilligt wird. Okay. Er, der alte Pilot, wollte, dass das Flugbenzin verbilligt wird. Also eine sehr persönliche... Nein, 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 aber aus Sympathie. Und die CDU war dagegen. Und er hat die CDU gesagt, ich lasse die Koalition platzen. Also die Fraktionsgemeinschaft. Und die CDU war dagegen. Und dann gab es die Abstimmung im Deutschen Bundestag. Und da hat man so Kärtchen in der Hand, die hält man hoch, wo die Menschen erkennen, ob man ja oder nein stimmt. Und ich habe gegen das Gesetz von Strauß gestimmt. Und die CSU-Abgeordneten wollten mich nicht zu der Abstimmungsbox durchlassen. Weil sie sagten, das kann doch nicht sein. Nein, du bist doch mit dem Befreund, das kann doch nicht sein. Ich habe gesagt, das ist Unsinn. Flugbenzin zu senken und andere Steuern zu erhöhen, mache ich nicht mit. Ja, aber es ist doch der Strauß, da habe ich gesagt. Es ist doch völlig egal, wer das macht. Ich bin dagegen. Und dann habe ich dagegen gestimmt. Strauß war nie böse drüber. Aber die anderen haben gesagt, der ist verrückt. Und der Kohl hat gesagt, der Kohl ist mehrfach gefragt worden nach mir. Und Kohl hat gesagt, der Tottenhöfer, das ist gar kein Politiker. Das ist ein Idealist. Und das ist halt so. Und vielleicht muss es das auch geben. Ich habe die Zugeständnisse nie gemacht. Nicht. Nie, nie. Ich kann halt, also ich habe, ich tue es, ich tue mir sehr schwer damit zu glauben, dass jemand sehr lange in der Politik ist oder lange in der Politik ist und ein Idealist bleiben kann. Ich glaube man, ich glaube, die meisten gehen schon irgendwo mehr oder weniger mit Idealist, mit einem Ideal oder mit Idealen oder mit Ideen da rein. Aber ich sehe das doch, das ist eine, für mich sind Politiker oder die Spitzenpolitiker leben in so einer Bubble, würde ich heute sagen, dass die einfach, die haben so eine komplette, also das ist so eine komplette Parallelwelt, dass sie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand lange idealistisch bleiben kann einfach. Also ich war immerhin Sprecher der CDU. Ich war Sprecher für Entwicklungspolitik, acht Jahre lang und dann war ich Sprecher für Rüstungskontrolle. Das heißt, ich habe offiziell für die CDU, CSU gesprochen und war wahrscheinlich einer der bekanntesten Abgeordneten damals und ich habe das durchgezogen. Und ich erinnere mich einmal, da hatte ich in einem übermütigen Pressegespräch bei mir zu Hause gesagt, die Oppositionsarbeit von Kohl sei nicht gut. Das war wahrscheinlich nicht fair von mir, weil Kohl viel für mich getan hatte, aber ich habe die Oppositionspolitik sehr scharf kritisiert. Und dann gab es eine Sitzung im Bezirksverband in Rheinland-Pfalz und die haben gesagt, und jetzt nehmen sie das öffentlich zurück, und zwar öffentlich. Am nächsten Tag gehen sie vor die Presse oder sie kommen nicht mehr in den Bundestag. Und dann haben die drei Stunden, vier Stunden, zwei Stunden, ich weiß nicht mehr, auf mich eingehämmert. Und sie nehmen das zurück, sie nehmen das zurück, mal freundlich, mal hämmert und sie wissen, dass ihre Karriere zu Ende ist. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht zurücknehmen, weil das meine Meinung ist. Ich kann auch meine Meinung nicht zurücknehmen. Und dann habe ich den Wahlkreis dort verloren. Ja, wollte ich gerade sagen. Und ich musste gehen und musste in ein anderes Bundesland nach Baden-Württemberg und dort gegen die ganze Prominenz antreten und mir einen neuen Wahlkreis erkunden. Aber zurücknehmen, etwas, was ich glaube, konnte ich nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Also es geht. Und am Ende tut es dir gut, weil wenn du nach Hause kommst und wäschst dich in deinem kleinen Badezimmer und du weißt, du hast einfach das Gegenteil von dem gesagt, was du glaubst, dann hast du verloren. Und man muss sich selber ins Gesicht schauen. Das ist ja vollkommen, was du sagst, logisch und menschlich vollkommen nachvollziehbar. Weil ich glaube ja auch nicht, dass Politiker Unmenschen sind oder so. Ich glaube nur, dass man, das tritt einen Gewohnheitseffekt auf. Ich glaube einfach, dass wenn Jens Spahn, keine Ahnung, dieses Massendeal durchzieht, dass er sich denkt, ich verstehe gar nicht, warum alle sauer sind. Der hat vollkommen diese, also der hat so einen Gewohnheitseffekt, weil alle seine Kollegen das machen, dass er einfach vollkommen nicht verstehen kann, dass man in einem Jahr, seit der Kriegszeit wahrscheinlich, seit der Zweiten Weltkrieg, das Schlimmste ist, was Deutschland passiert ist wahrscheinlich, oder gemeinschaftlich, kollektiv, wir leiden unter so einer Pandemie und der kauft sich so, sein Freund kauft sich, was weiß ich, eine 4-Millionen-Villa in Berlin-Mitte. Mach das doch nächstes Jahr. Also mach doch, was du willst mit deinem Geld. Deswegen, ich muss sagen, dieses Jahr, letztes Jahr sind so die zwei Jahre, wo ich sagen muss, ich habe komplett mein, also wirklich, lass mich nicht in YouTube eintauchen. Lass mich nicht auch noch Verschwörungstheoretiker werden, aber ich muss sagen, es sind ein paar Sachen passiert, gerade die Maskendeals von Laschets Sohn, Jens Spahn. Da denkt man, ich fühle mich nur bestätigt darin, dass diese Leute vollkommen den Bezug zur Gesellschaft verloren haben. Daher denke ich immer, Herr Tottenhöfer, geile Bücher, geile Aufklärungsarbeit, andere sich zeigen, aber warum Politik? Bleiben Sie doch. Ja, aber es gibt ja ein paar Sachen, da kann man nicht einfach zuschauen. Also, ich fange mal mit etwas an, was, du hast ja ein ganz junges Publikum, viele gar nicht so sehr interessieren wird, Hochtechnologie. Wir waren ein Hochtechnologieland und kacken zur Zeit überall. Ja, aber das merken meine Leute ja alle am Internet. Total ab, als Corona kam, waren die Lehrer nicht in der Lage, den Schülern über Internet Unterricht zu geben, weil wir nach der PISA-Studie von 77 Ländern oder von 79 Ländern auf dem drittletzten Platz auf der Welt sind in der digitalen Ausbildung von Lehrern. Und da kannst du sagen, ja, kümmert mich nicht, aber es kümmert mich schon, weil das bedeutet für hunderttausende, wahrscheinlich für Millionen Kinder, dass sie total zurückgefallen sind, ein Jahr verloren haben und das nicht mehr aufholen können, vor allem, wenn sie aus einkommensschwachen Familien kommen oder aus sogenannten bildungsfernen Familien oder wenn ich sagen könnte, aus Migrationsfamilien, Einwanderfamilien, die haben keinen Unterricht zu Hause gekriegt, die Mutter kann ihnen nicht die Mathematikaufgaben erklären. Da ging nur das Internet und da haben diese Pfeifen unsere Lehrer nicht ausgebildet, ihnen die digitale Ausbildung nicht gegeben und das hat, finde ich, schon dramatische Folgen und das ist jetzt Wirtschaftspolitik. Aber wenn wir als Wirtschaftsland nicht funktionieren, dann kommt das Geld nicht rein, was wir für den Sozialstaat brauchen. Dann führen wir fröhlich in mehreren Ländern Kriege, davon hörst du wenig, man hört ein bisschen, da sind sie jetzt gerade nach 20 Jahren Kämpfens aus Afghanistan zurückgekommen, kein einziger Politiker ist zum Empfang der Soldaten hin, weil sie sich alle geschämt haben, jetzt haben sie neue Ausreden, ja, es gibt, irgendwann gibt es dann, wird man sich mit den Soldaten noch treffen. Die kämpfen in Mali für Kernkraftinteressen der Franzosen. Was haben wir in Mali zu tun? Die kämpfen vor der Küste von Libanon, um da Waffenlieferungen zu verhindern. Sie kämpfen vor Somalia, um die Piraterie zu verhindern, was dazu führt, dass die somalischen Fischer total verarmen. Sie kämpfen, sie betanken amerikanische Bombenflugzeuge, die im Irak und in Syrien noch immer angeblich gegen den IS kämpfen. Das heißt, wir sind auf der ganzen Welt mit Kriegen unterwegs und wir haben nie einen gewonnen und haben überall nur Unheil gesät. Ich habe ein zweites Waisenhaus gebaut für Kinder, die ihren Ernährer auf Befehl eines deutschen Oberst in Kunduz verloren haben. So, und kann ich da sagen, ich schaue da zu, bei den Russen habe ich nicht zugeschaut, bei den Amerikanern schaue ich nicht zu und bei den Deutschen schaue ich. Und da denke ich, man muss was ändern. Und so, dann habe ich versucht, das mit Büchern zu ändern und mit Vorträgen zu ändern und wir haben auch Videos gedreht, mein Sohn hat mir geholfen und dann haben mir immer wieder Leute gesagt auf meinen Lesungen, hallo, der einzige Platz, wo du das ändern kannst, ist im Bundestag. Und dann haben wir ein Problem in Deutschland, dass Deutschland zerreisen wird. Das ist das Rassismusproblem. Ich war vor zwei Wochen in Hanau, wo neun Menschen mit Migrationshintergrund umgebracht wurden und ich habe in Hanau während des Krieges gelebt. Also es ist so ein bisschen eine meiner Heimatstädte, habe ich fünf Jahre gelebt und die Menschen, die da ihre Brüder oder ihren Sohn verloren haben, waren voller Trauer und Zorn und wir standen dann vor dem einen Haus und da waren an den Scheiben die Fotos von den Getöteten, von den Ermordeten, die von der Polizei kaum geschützt wurden. In der Nacht hatte ja auch dann noch dieses Sondereinsatzkommando Dienst, was jetzt entlassen worden ist oder suspendiert worden ist wegen rechtsextremistischer Umtriebe. Und während wir da stehen, kommt ein Fahrradfahrer, angefahren, fährt auf uns zu und ruft, da ist noch ganz viel Platz für weitere Bilder und macht einen Haken und dreht. Das heißt, wir können noch ganz viel mehr erwarten, damit ihr habt ja Platz für die Bürger. Und das ist eine Situation, wo ich finde, wo man sagen muss, hallo, ich habe lange genug zugeschaut, ich versuche das jetzt mal zu ändern. Mit anderen zusammen. Und wo ich denke, das muss man auch tun. Lustig ist es nicht. Also vergnügungssteuerpflichtig ist der Aufbau einer Partei nicht. Bestimmt nicht. Ne, ich, du, ich werfe dir das auch gar nicht vor oder so, ich will es nur versuchen zu verstehen. Warum war vielleicht nicht ein anderer Weg eine Möglichkeit, in eine Partei zu gehen, die bereits, sagen wir mal, starke... War ich ja schon. War ich ja. Meine ich ja, aber das kommt nicht in Frage. Also... Lass mich mal überlegen, also was sind denn Vorteile gegenüber die Probleme, die man hat, sich als ganz neue Partei, die auch noch, das wird ja auch kritisiert, nach dir benannt ist, das ist ja auch nochmal vielleicht strategisch anders machen können, können die Leute ja auch sagen, ey mal, wie viel, wie... Aber das ist ja ein total ignorantes Scheißargument, was du da frisst. Ja, aber das höre ich die ganze Zeit. Ich weiß es doch. Ich sage ja nicht, dass du das... Aber Entschuldigung, so hat der österreichische Bundeskanzler, so ist der Bundeskanzler geworden, der hat dort die ÖVP, dort die CDU, der hat vor der, vor drei Jahren, vor der Wahl zum Bundestag in Österreich die ÖVP gesagt, euch gibt es jetzt nicht mehr beim Wahlkampf, das heißt Team Kurz. Und dann ging er mit Team Kurz rein und ist Bundeskanzler geworden. Und die Strategie habe ich halt jetzt gefahren und es waren junge Leute, die den Vorschlag gemacht haben und da waren an einem, ich weiß nicht, waren 70 Leute, die da waren und ich habe gedacht, das will keiner und das muss man irgendwie abschießen, wie schießt man es am besten ab, man macht eine Abstimmung. Und dann habe ich gesagt, jetzt stimmt halt mal ab, welchen Namen. Und dann haben die mit drei Vierteln sich für das Team Totenhöfer entschieden. Ich finde, dass als Promophase Team Totenhöfer oder so... Marketingmäßig ist das gut. Nee, das ist super. Aber ich weiß nicht... Ja, weißt du, wer am meisten protestiert hat? Meine Kinder, die haben gesagt, was habe ich mit deiner Partei zu tun? Ich bin jetzt eine Partei. Ja, das ist auch gut. Aber es ist auch gut. Ja, aber es gibt, du hast dann auch Kinder, die eigentlich ein ruhigeres Leben führen. Ach so, ja. Sind sie nicht alle wie Freddy? Nicht jeder wie mein Sohn. Nach der Wahl wird der Name nochmal geändert? Was sagst du? Er meinte, das Anhängsel, die Gerechtigkeitspartei wird weggenommen, das heißt nur noch Team Totenhöfer. Ach so, die Totenhöfers. Das ist geil. Forderalismus ist wieder da. Totenhöfer. Nee, wer... Nee, es ist mit dem Namen auf jeden Fall natürlich Marketingbehebung. Am Anfang ist das Einzige, was bekannt ist. Ja. Wir sind mit dem neuen Parteinamenversuch zu etablieren, das ist ein Vergleich zu dem Stil vorhandenen Marken. Ja, also sicherlich hat das Vorteile. Ich habe so viele Feinde und so viele Freunde und das ist kontrovers. Und marketingmäßig ist das schon richtig. Und in Österreich gibt es das häufig. Da gibt es ein Team Pilz und Team Kurz und in Südtirol gibt es das auch. Aber die heißen dann Team Kurz, aber die sind dann in der ÖVP, oder nicht? Nein, ja doch, ja. Aber die Wahl auf der Liste stand Team Kurz. Ah, da stand es auch drauf. Ja, auf der Wahlliste. Also ich habe das... Im Grunde haben die jungen Leute, die das wollten, haben das nachgemacht. Das ist doch super, aber warum nicht? Und der ist Kanzler geworden. Der macht dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß nicht. Spannend zuzuschauen. Ich meine, konntest du denn irgendwie aus deiner Zeit, ich meine, du bist wahrscheinlich super krass vernetzt, auch in der Wirtschaft, aus der Zeit mit CDU vielleicht ein paar Kollegen rüberholen und sagen, ey Leute, hier spielt die Musik. Ja, ich habe heute in einem Tweet, also gestern hat eine Partei, die nicht riesig ist, aber die schon kandidiert hat und die im Stadtrat von Frankfurt vertreten ist, die hat ihre Kandidatur, BIG heißt die Partei, ihre Kandidatur zugunsten des Teams Totenhöfer zurückgezogen. Und ich habe heute also aufgefordert, alle anständigen Mitglieder der CDU, der SPD, der Grünen, sich unserer Bewegung anzuschließen und dem guten Beispiel zu folgen und zu uns zu kommen. Und ich bin mal gespannt, wenn sich... Scheide auf jeden Fall, ja, scheide auf jeden Fall, dass die ganzen großen Bosse, die du kanntest, alle schon das Zeitliche gesegnet haben. Du bist einer der letzten... Morikaner. Morikaner, tatsächlich. Mein Gott, ey, wenn ich so überlege, du bist doppelt so alt wie ich. Normalerweise... Entschuldigung, Adenauer, wo ist... Mit 87 erst hat er aufgehört, Kanzler zu sein. Ja. Und ich habe jetzt wieder nach Corona, nach der Corona-Pause wieder das Fußballspielen angefangen und ich habe jetzt zweimal wieder gespielt, die letzten Wochenende und sofort wieder ein Tor geschossen. Also ja. Das Altersspiel. Weil ich muss sagen, tatsächlich, also für mich spielt das jetzt nicht so eine Rolle, weil ich, wenn ich ein Interview sehe, sage ich, du bist geistlich fit, das ist für mich das Wichtigste. Ich bin nicht nur geistlich fit. Ja, ich meine, Fußball ist mir jetzt nicht so wichtig, ob du Fußball spielst. Ich habe auch nicht von Fußball gesprochen. Ich will ja nur sagen, ich kann nicht klagen. Ich habe auch noch nie klagen gehört. Alles gut, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass ich auch, manchmal lese ich im Netz, also wir haben uns natürlich, wir haben das angekündigt, dass wir dich treffen und dann mal geschaut, was Feedback ist, Fanfragen, also was das, Fanfragen nennen wir das normalerweise, aber Fragen und Kritik, Lob und so weiter durchgecheckt und was auch immer gesagt wird, ist natürlich, hey, ist der nicht zu alt und so weiter. Dann muss ich sagen, das spielt für mich keine Rolle, weil, wie gesagt, ich... Aber noch mal, mir ist mein Leben lang gesagt worden, ich sei zu jung. Das ist ganz erstaunlich. Ja. Und jetzt muss man sagen, was ist denn, was ist denn, was ist denn, also ich meine, es gibt... Also ich mache jetzt, ich muss da widersprechen, dieses Argument mit dem Alter finde ich so bescheuert. Ja. Ich kriege Gedankscheiben aus aller Welt, in allen Bereichen, niemand hat sich beschwert jemals und ich mache jetzt demnächst so eine Gruppe auf, da gibt es ja jetzt schon Schwule, Lesben und so weiter, dass man diskriminiert wird. Und Alter. Ja, was soll denn das? Ja, was soll das? Du bist gut oder bist nicht gut? Ja, das stimmt. Du bist fit oder du bist nicht fit? Ja, das stimmt. Also ich sage, also ich fordere jedes Mitglied des Deutschen Bundestages über 35 auf, mit mir mal Fußball zu spielen. Sie können auch Ihre Frau mal für ein Abendessen zur Verfügung stellen. Oh mein Gott. Wenn Sie dann immer noch finden, dass ich zu alt sei, dann akzeptiere ich das. Gut, dann lassen wir das Argument, das ist dann schon mal jetzt auf jeden Fall vom Tisch. Ja, aber es ist irgendwann diskriminiert. Es ist ja absurd. Es ist ja stochern und schauen, was man machen kann. Aber weißt du, was vielleicht ein besseres Argument ist, was ich höre von gerade von unseren jungen Leuten, die sagen, also die sagen oft so, das ist ja schön und gut, was er sagt, aber ist nicht durchsetzbar. Das ist ja Utopie, das ist ja Märchen. Ja, ist doch toll, was er sagt, aber kriegen wir das durch? Und dann wollen die schon strategisch woanders wählen, weil die denken, ja damit kommst ja wenigstens in den Bundestag und so weiter. Was hältst du davon? Also ich halte davon nichts, weil ich, wenn du meine Biografie liest, und zwar nicht bei Wikipedia, gegen die wir rechtlich vorgehen, weil da ganz viel nachweisbar, leicht nachweisbar falscher Unsinn steht, sondern wenn du meine Biografie siehst, siehst du eigentlich, dass die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, habe ich immer gemacht. Ich hatte vor, in den Bundestag zu gehen, ich bin in den Bundestag gegangen, ich habe vorgehabt, den Wahlkreis zu wechseln, weil ich eben dieses Zugeständnis, von dem wir vorhin sprachen, nicht machen wollte, also habe ich einen anderen Wahlkreis erobert. Ich wollte in die Wirtschaft, ich bin in die Wirtschaft. Ich wollte, Kohl hat mir zweimal, als ich beschlossen habe, in die Wirtschaft zu gehen, also vier Jahre vor dem Schloss, angeboten, ein Ministeramt oder ein Amt in der Fraktionsführung zu übernehmen. Ich habe gesagt, nein, so das, was ich sage und was ich will, mache ich. Und zwar immer. Und ich werde, wenn wir in den Bundestag gehen, gibt es, wir würden auch nicht mit jeder Partei koalieren. Also ich sage mal zwei Dinge, die wir, die nicht verhandelbar wären. Wir würden uns an keinem Krieg mehr beteiligen. Und wir würden nicht mehr zulassen, dass Waffenlieferungen in Krisengebiete geschickt werden, weil das direkter Beihilfe zum Mord ist. Wenn da irgendwo ein Krieg stattfindet und die erschlagen sich schon und ich liefere da Waffen hin, liefere ich Waffen, damit die sich totschlagen. Ist das nicht immer so? Haben wir nicht nach dem Zweiten Weltkrieg eh gesagt, wir machen das nicht mehr? Ja. Bis Kohl. Kohl hat keinen einzigen Krieg geführt. Ja. Und dann ging es los. Und heute sagen die ja auch nicht mehr Krieg führen, sondern sie sagen, wir müssen Verantwortung übernehmen. Sag das mal einem Kind in einem Krankenhaus. Wir bringen die Demokratie dahin. Ja, oder wir haben da gerade Verantwortung übernommen. Das ist doch keine Verantwortung. Verantwortungslos. Also ich finde, das ist durchaus ein sehr, sehr wichtiges Thema. Klar, brauchen wir nicht darüber reden. Aber du sagst, das ist nicht verhandelbar. Wir werden auch nicht mit jedem koalieren. Wie funktioniert das? Also im Best-Case-Szenario gewinnt ihr und geht über die 5 Prozent und kommt in den Bundestag rein. Oder 10. Und wenn wir über 10 gehen, werden wir ein Koalitionspartner. Okay. Und dann müssen die sich überlegen, ob die mit der FDP oder den Grünen oder was auch humanistische Partei für die Menschenrechte und Menschlichkeit eine Rolle spielt. Und ich glaube einfach, weil das jahrzehntelang in Deutschland nicht zulässig war, Kriege zu führen, dass man diese Punkte durchsetzen kann. Und wir würden mit Demonstrationen und mit allem dafür kämpfen. Und ich kann nur sagen, wenn ich sage, ich bin gegen Kriege, wenn ich sage, ich bin gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebieten, wir haben da die Bevölkerung hinter uns. Ja, ich hoffe. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Das glaube ich. Ich meine, welcher Mensch auf der Straße, wenn ich ihn frage, sagt, ich will Krieg. Aber warum funktioniert das trotzdem? Das ist theoretisch jeder dagegen. Ja, weil, also das klingt jetzt ein bisschen schroff und da muss ich wohl auch etwas schroff werden, weil die Politiker sie anlügen. Ja, genau. Weil ich gebe mein Mandat ab für vier Jahre und dann tschüss. Die haben, ich habe nachgelesen, die Bundestagsdebatte wegen des Einmarsches in Afghanistan und das Hauptargument der CDU, der Grünen und der SPD ist, wir marschieren in Afghanistan ein, um dort den Frauen mehr Rechte zu geben und vor allem um den Schulmädchen den Schulbesuch zu erlauben. Und immer, wenn ich nach Berlin komme oder häufig, wenn ich nach Berlin komme und da Minister treffe und wir treffen uns immer noch und die treffen sich immer noch mit mir oder andere führende Politiker, frage ich, wie geht es eigentlich den Schulmädchen? Und dann sagen die, was ist mit Schulmädchen? Und dann sage ich, ja, das war doch euer Kriegsgrund. Ach so, ja. Und dann sage ich, ja, wie geht es denen denn? Ja, weiß ich das, weiß ich doch nicht. Ich kann sagen, 40 Prozent, weniger als 40 Prozent der Mädchen gehen zur Schule, vier Jahre lang. Nichts Gescheites, sie wissen es nicht mehr. Und wenn du gefragt wurdest vor Afghanistan, da haben sie erstens gesagt, wir sind angegriffen worden von Afghanistan, was eine Lüge war. Dahinter standen Organisationen in Saudi-Arabien und Terroristen, die in Hamburg trainiert haben. Und sie haben den Leuten nur Märchen erzählt und den Eindruck erweckt, als habe Afghanistan irgendeinen Krieg geführt. Ja, also da... Und ich kenne Mitglieder der früheren Kalibaren-Regierung. Die haben den Bin Laden als Belastung empfunden. Und sie haben den Bin Laden, das sagt er selber in einem Interview mit einem amerikanischen Journalisten gesagt, du hältst politisch gefälligst jetzt die Klappe, wir kriegen wegen dir nur Schwierigkeiten. Und das sagt er selber zu einem Journalisten, ich glaube von CNN, sagt er, ich darf eigentlich nichts mehr sagen, aber ich sage Ihnen jetzt... Hey, ich verstehe das, die Sache ist, jetzt muss ich sagen, guck mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, zur Abiturzeit kam, glaube ich, Joschka Fischer oder Gerhard Frö... Joschka Fischer hat diese Reden am meisten gehört. Ja, ich wollte gerade sagen... Er kam für die Mädchen. Schau mal, ich sage dir das, pass auf, Gerhard Schröder kam bei uns an die Schule oder zu Gruger-Essen, ich weiß nicht mehr, Gruger-Halle-Essen, wenn ihr das kennt, hat so einen riesen Parteitag gemacht mit, diese Frauen waren da, It's Raining Man haben die gesungen, so als Opener, das war richtig krass, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas war und dann hat er geredet, was die machen wollen. Was mir hängen geblieben ist, er und Joschka Fischer, die haben immer gesagt, und Joschka Fischer kam ja auch mit Jeans und so, der war cool und so, dann hat er gesagt, mit uns wird es keinen Krieg geben, habe ich die gewählt. Und was haben die gemacht, eine Woche danach? Und weißt du, was sie dann gesagt haben? Sie haben gesagt, jetzt sind wir erwachsen geworden. Jetzt müssen wir, das ist ja ein Krieg, wir müssen da helfen. Nein, wir sind Erwachsene, dadurch, dass wir Krieg führen. Ach so, ja Gott, oh mein Gott. Erwachsen werden durch Erschlagen von Kindern. Was macht der heute eigentlich, der Joschka, was machen die so? Gut Geld verdienen. Ja, also die Schwimmenden, was macht denn der Gerhard Schröder so? Der ist in Sowjetpool, der andere, ich weiß nicht, was ich fast gesagt habe. Nee, ich würde das nicht so übertreiben, also wenn der, aber entschuldige, ich kann ja auch meinen Sozialdemokraten verteidigen, wenn der Schröder Manager bei einer amerikanischen Firma geworden wäre. Dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, cool. Hätten alle gesagt, super Type. Nein, das stimmt, das stimmt. Und ich finde Russland genauso gut, wir leben genauso gute Menschen in der Werke. Das ist ein sehr gutes Argument, muss ich sagen. Aber ich hätte, glaube ich, bei beidem gesagt, alter, alter, der hat sich die letzten zwei, drei Jahre seiner Amtszeit nur den Weg bereitet, um einen geilen Job zu kriegen. Nein, der hat er nicht gemacht. Der hat immer eine unpopuläre Politik gemacht. Ob das taktisch und ob das richtig war, dass man als Kanzler anschließend überhaupt Manager eines anderen Landes, wird das eine andere Frage. Aber ich mache keinen Unterschied, ob man Manager bei Amerika wird, wie Herr Merz. Ja, das ist richtig. Oder wie Herr Schröder bei Russland, das ist kein großer Unterschied. Merz, der ist der Beste, der ist mein Liebling. Der Friedrich Merz, der ist mein absoluter Liebling. Ich würde ein Poster von ihm zu Hause aufhängen, aber an unserer Dartscheibe, der ist mein Liebling. Ich glaube, Olaf Scholz, Merz, wie heißt es nochmal, der, der immer sagt, ja, fühlen Sie sich reich, da wird er gefragt, ob er sich reich fühlt. Und er sagt, nee, ich würde sagen, ich verdiene gut, aber reich bin ich nicht. Unterer Mittelstand, ja. Und es ist offenkundig, dass er 15K im Monat macht und nur 15K lohnt. Und ich will gar nicht sein Plus und Plus und Plus wissen. Und da musste er natürlich ein paar Tage später revidieren. Okay, ich bin super reich, du Spinner. Also daran sehe ich wieder, wem von denen soll ich vertrauen? Du sollst ja keinem von denen vertrauen. Also wieso soll ich jetzt an dir vertrauen, Jürgen? Ich muss dich doch wählen. Einfach schau dir den Lebensweg an. Der hat, ich, also ich rede mal jetzt in der dritten Form, der Kerl hat immer das getan, was er für richtig behielt. Und hat sich dafür verprügeln lassen. Ich bin doch immer verprügelt worden. Wenn ich, ich habe mit Pinochet verhandelt über die Freilassung von 5000 marxistischen Gefangenen. Erzählt da so nebenbei. Pinochet hat so einen Wiki-Eintrag. Man, du erzählst manchmal so Geschichtsdinger so nebenbei. Das ist so manchmal, wenn ich sage, ich war auf dem Konzert. Weißt du, wenn es einer bestreitet, dann schicken wir ihm die Dokumentation mit Briefen von Amnesty International, wo mir die gesagt haben, es hätten wir nie geglaubt, dass sie meinen Bruder aus dem Gefängnis rausgeholt haben. Ich war nicht der Einzige, der damit geholfen hat. Aber ich habe damit geholfen. So, und für die Sachen bin ich hingestanden. Und ich ziehe das durch, was ich ankündige. Sag mal, ich muss sagen, als Iraner, ich bin ja im Iran geboren. Wir sind aus dem Krieg abgehauen, hier nach Deutschland und so weiter. Iran-Irak-Krieg. Du kennst das. Das Ding ist... Warst du bei den Volksmutsch-Aideen? Hä? Warst du bei den Volksmutsch-Aideen? Ich war zu jung, um mich daran zu erinnern, was meine Eltern in Deutschland gesagt haben, damit wir Asyl bekommen. Ich weiß noch nicht mehr, muss ich mal fragen. Irgendeine Strategie musste man erfahren, um damals dieses Case, sein Case durchzubekommen. Aber das Iran-Bild in Deutschland ist auch falsch, gell? Ja, ach. Also, wenn ich es nicht aus erster Hand weiß, dann... Aber ich will nur sagen, früher, mein Vater war auch immer ein Fan von Peter Scholler-Tor. Ja, Tollack, ja. Und mein Vater hat immer gesagt, wenn du wissen willst, wie die Leute über uns denken müssen, du musst Peter Scholler-Tor... Das ist so ein Erklärer, der ist so der Erklärbär. Und der hat wirklich die Welt sehr, sehr gut erklären können. Rest in Peace, guter Mann, den hätte ich auch nochmal gerne getroffen. Aber ich bin zu spät nach Berlin gekommen. Und ich muss sagen, ein bisschen erinnerst du mich daran, wenn ich deine Sachen sehe, dass du auch gerade vom Nahen Osten und so mal ein anderes Bild lieferst, was gewohnt ist. Daher habe ich natürlich eine gewisse Sympathie zu dir, ist ja klar. Aber ich muss sagen, am Ende muss ich sagen, diese ganzen Sachen, die du gemacht hast in der Vergangenheit, also Bücher über den Nahen Osten, du gehst ins Fernsehen und stellst auch ein anderes Bild dar. Oder auch diese Sachen, die du über Russland sagst, ist ja alles richtig. Dass man sagt, ey, pass auf, Russland ist nicht nur böse und Amerika ist nicht nur gut. Das ist ja alles auch ein Spiel irgendwo. Das sind ja alles gute Motive, gute Sachen, die du sagst. Aber ich weiß halt, ich muss halt immer sagen so, ja, wie soll ich das sagen? Wenn ich dir jetzt meine Stimme gebe. Du brauchst mir deine Stimme. Ich will so mal hypothetisch durchgehen. Ich will so meine, ich will dir eine Garantie haben hier, weißt du. Ich habe eine Stimme. Was kriege ich? Nichts kriegst du. Ich bin unbeschädigt. Was machst du dann damit? Nein, nein, alles gut. Also, ich muss sagen, eine Sache, also um den Bogen zu machen, eine Sache als Iraner, so speziell als Iraner, ein bisschen persönliches Interesse, hat mich sehr interessiert. Stimmt die Geschichte, Iran hat sich bei dir gemeldet, damit du einen Kontakt zu USA herstellst, weil die irgendwas dealen wollten? So ähnlich, ja. Aber dafür habe ich mich gefragt, hä, haben nicht alle, oder haben wir ein falsches Bild von Politik? Haben nicht alle Länder irgendwie Kontakt zueinander und Nummern voneinander? Das war ja, also erstens, in der ganzen modernen Geschichte und wahrscheinlich auch in der alten, gab es immer Privatmenschen, die politische Kontakte aufgegriffen haben. Also, der amerikanische Präsident Wilson hat vor dem Ersten Weltkrieg, den er nicht wollte, seinen engsten Freund, einen industriellen, zu allen Ministerpräsidenten und Kanzlern Europas geschickt und hat auf die eingeredet, lass diesen verrückten Krieg. Also, das ist eine alte Tradition und ich habe das ein paar Mal gemacht. Also, ich war auch in Absprache mit dem Weißen Haus bei Assad, in direkter Absprache. Jeder Schritt, den ich gemacht habe, war mit dem amerikanischen Botschafter abgesprochen. Und ich war auch in Absprache mit der Kanzlerin bei Assad, der ihr daraufhin ein schriftliches Friedensangebot gemacht hat und er hat sie gebeten, sie könne Vermittlerin sein. Es war ganz am Anfang, also dieser Krieg, oder nee, es war nicht am Anfang, es war aber eben nicht gegen Ende, sondern es war relativ früh. Und bei Iran ist es so gewesen, dass ich ein paar Mal im Iran war. Mal mit meinem Sohn, mal mit Freunden und mal mit meiner Tochter. Und ich hatte auch einen Kontakt zu politischen Iranern in Deutschland über die iranische Botschaft. Und das waren die Zeiten von Ahmadinejad. Und zu dieser Zeit sprach die amerikanische Regierung nicht mit der iranischen Regierung. Und die haben einfach sich geweigert, miteinander zu reden. Das ist doch jetzt noch ähnlich. Die sitzen in Wien und die Amerikaner sitzen in einem Nebenzimmer. Und reden nicht mit anderen. Nee, die reden nicht, die verhandeln, aber die sitzen im Nebenzimmer und lassen sich das übertragen. Das ist so absurd. Ja, das ist mega absurd. Und da hat mir ein Politiker, den ich jetzt nicht lokalisiere, gesagt, wir haben keine Kontakte. Wir haben keinen Kontakt zur amerikanischen Regierung. Und wir wollen unser Verhältnis ändern. Und ich kann dir das jetzt genau, sogar präzise erzählen. Ich bin dann zu Schäuble gegangen, der damals Bundesfinanzminister war, und habe gesagt, die Iraner haben mich gefragt, ob ich mithelfen könnte, einen Kontakt zur amerikanischen Regierung aufzustellen. Können Sie mir helfen? Also ich kann das ja auch nicht. Da in der Gegend rumtelefonieren, da hat es ein Gespräch Schäuble Merkel gegeben. Und der Schäuble hat dann gesagt, was ist Ihnen lieber, der Verteidigungsminister oder der Chef von der Geheimdienste? Da gibt es so einen Chefkoordinator, der jeden Tag beim Präsidenten, bei Obama Zutritt hat. Und dann habe ich gesagt, das fände den Chef der Sicherheitsdienste eigentlich das Beste, weil er auf Obama einen größeren Einfluss hat als der Verteidigungsminister, der keinen großen damals hatte. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn machen? Und dann haben die gesagt, sie sollen nicht verhandeln. Sie sind nichts, gar nichts. Sie sind Briefträger. Sie sollen eine Botschaft denen übergeben, mündlich übergeben. Und die Botschaft hieß, die ich mir aufgeschrieben habe, wir wollen Frieden mit Amerika. Wir wollen erstens. Zweitens, wir wollen einen Nukleardeal. Drittens, wir wollen den Nukleardienst nicht mit Russland, sondern wir wollen ihn. In erster Linie ging es um Entsorgung von angereicherten Oran. Wir wollen das mit Amerika. Und wir helfen Ihnen bei der Bekämpfung des Terrorismus, wir helfen Ihnen, Bin Laden zu finden. Da habe ich gesagt, woher wissen Sie, wo Bin Laden ist? Da haben die gesagt, das wissen wir auch nicht. Aber wir kennen Leute, die das wissen. Ja, zumindest kann man helfen, mithelfen. Und es waren fünf Punkte. Ja. Und die habe ich mir aufgeschrieben. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich mir überlegt und bin ich nochmal zurückgegangen zu diesem Menschen. Habe nochmal den Kontakt aufgenommen und habe gefragt, ist da jedes Wort abgestimmt mit Ahmadinejad und mit Khamenei? Ja. Dem obersten Führer. Jedes Wort abgestimmt. Und dann marschierte ich nach Amerika, habe mit diesem Admiral Sohnso, den wir hinterher auch nochmal, ich habe ihn nochmal getroffen, nochmal gesprochen haben. Und der war mit einem Geheimdienstchef dabei und der Geheimdienstchef brüllte mich ständig an, das sind alles Lügner, glauben Sie, die bringen Amerikaner um. Aber der Chefkoordinator der Geheimdienste hat gesagt, ich werde das Obama kommunizieren, dass die Gespräche wollen und dass sie Frieden wollen und dass sie einen Deal wollen. Und ich kann das jetzt nicht mehr auf den Monat sagen, innerhalb eines Jahres hat das erste Treffen zwischen einem amerikanischen Außenminister und einem iranischen Außenminister in Oman stattgefunden. Das war meine Rolle, ich war Briefträger, mehr nicht. Ja, aber ich meine, das ist verrückt. Das ist verrückt. Wenn ich mir überlege, dass davon der Krieg abhängt, ob man den Totenhöfer kennt, kennenlernt, zufällig trifft und der ist cool, der macht das auch noch. Ja, dann hätten sie einen anderen Mann aus der Wirtschaft gefragt. Ich meine, generell... Also meine Rolle, ich war der Briefsträger. Nein, nein, gut, in Ordnung. Aber ich meine, generell überlege ich mir so, wie verrückt ist das? Was macht man denn als... Ich habe den Zettel dann aus Versehen liegen lassen, wo die fünf Punkte draufstehen. Wo das? Im Starbucks. Bei den Amerikanern. Irgendein Starbucks-Mitarbeiter, ey, ich mache mal ein Foto. Das Ding geht viral auf Facebook. Nein, das Ding ist, ich überlege so, wie die Geschichte klingt so irre, jetzt muss ich sagen, jetzt kann ich ja die ganzen Filme, die ich gesehen habe, ja doch glauben. Der Krieg des Charlie Wilson oder irgendwelche Filme, wo ein Typ, ein Nachricht nach Sowjetunion, ein Telefonat und dann hat doch der Krieg nicht stattgefunden. Also die Geschichte von Charlie Wilson klingt, ist meines Erachtens massiv übertrieben, weil ich zu der Zeit auch ständig in Afghanistan war. Aber die Stinger-Raketen, die haben den Krieg dann entschieden. Aber seine Rolle war etwas anders. Ja gut, es ist ein Film, aber ist ja klar. Ich meine, ich denke, an alle Leute, die es nicht kennen, der Krieg des Charlie Wilson ist aber nur eine andere Version von dem Film Rambo 1, Rambo 2, so ein kleines bisschen anders. Der hat für die Mujahedin die Raketen, die man aus dem Stand abschießen konnte, mit denen man sich gegen Hubschrauberangriffe wehren konnte, besorgt, angeblich. Aber wie gesagt, seine Rolle war nicht ganz so groß, aber es gab diese Rolle. Ich meine, ist es nicht verrückt, wie du gerade sagst, die sitzen nebeneinander in verschiedenen Räumen und reden nicht miteinander. Ich meine, da geht es um Menschenleben, da geht es um Sanktionen. Ich komme aus einem Land, wo Sanktionen waren und wie du ja weißt, Sanktionen treffen nicht die Leute, die man treffen will. Sanktionen treffen normale Leute, nur normale Leute. Die Reichen triffst du damit nicht, die Politiker triffst du damit nicht. Aber diese Absurdität, dass man nicht zusammensitzt, die gab es ja auch bei der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE war eine Riesenkonferenz, die den Konflikt mit der Sowjetunion reduziert hat. Und da saßen die Deutschen, da saßen die Verhandler an einem Tisch. Und die Deutschen, die DDR-Vertreter und die Bundesrepublik-Vertreter, die saßen an einem Katzentisch. Durften nicht am selben Tisch. Das ist aber was. Absurd. Lächerlich. Also da denkt man so, Politiker sind so erwachsen, haben schon so viele Menschenerfahrung und wissen, und auch wissen, wie wichtig vielleicht Frieden und Krieg ist und so. Das ist ja Quatsch. Aber es gibt auch Leute, die dann so etwas nicht glauben, so eine Geschichte. Nur die iranische Regierung hat mich immer wieder eingeladen danach. Und ich habe mich immer wieder mit dem iranischen Außenminister Zarif getroffen. Und ich glaube, dass die Geschichte, die ich erzählt habe, war es. Ja, ich glaube dir auch. Aber die Sache ist, ich dachte immer, dafür gibt es doch Botschaften oder nicht. Nein, wir hatten keine Botschaften. Ich gebe dir mal was ganz Absurdes. Wir haben eine Flüchtlingskrise. Und die Flüchtlingskrise, da hat die Bundesregierung die Kontrolle über die Flüchtlingskrise irgendwann verloren. Und da bin ich zu Altmaier, der war damals Kanzleramtsminister, und habe gesagt, aber da kommen ganz viele Leute, die kommen gar nicht aus Kriegsgebieten. Und wie behandeln Sie die? Und nach welchen Kriterien gehen Sie vor? Weil irgendwann ist das außer Kontrolle geraten. Und dann sagt er ja, unsere Landratsämter sind nicht dazu da, so etwas zu überprüfen. Und dann habe ich gedacht, aber warum habt ihr die Botschaft zugemacht in Syrien? Wenn wir eine Botschaft gehabt hätten in Syrien, da hätte man richtig überlegen können, wem muss man vorrangig helfen. So sind sie völlig angewiesen auf die Angaben von anderen Leuten. Und Botschaften sind immer was ganz Wichtiges. Diese Leute sind vor Ort, die wissen, worüber geredet wird. Ja, klar. Dafür sind ja Botschaften da. Deswegen kommt mir das so irre vor, dass Leute dann manchmal einfach Vermittler brauchen und so weiter. Und dann denke ich mir so... Aber es gab keine Botschaft. Ja, es ist crazy. Es gab keine iranische. Wie ist das denn heute? Gibt es eine iranische Botschaft in den USA? Oder machen die das einfach nicht? Seit die amerikanischen Botschaft damals... Richtig, erinnere, hat die Schweiz, also ich bin da jetzt nicht mehr so im Thema drin, die Schweiz die Interessen Amerikas wahrgenommen. Ah, okay. Also der Schweizer Botschafter war der Interessenvertreter in Iran für die Amerikaner. Ja, okay, crazy. Warum macht man das zu? Weil man Angst hat um die Botschafter? Nee, da kommt irgendwie eine Krise und dann werden Botschafter zurückgerufen. Ach, das ist auch ein Zeichen, das ist ein Schachspiel, das ist ein Zeichen so, ne? Ja, der Botschafter ist jetzt auch seinen Koffer gepackt, oh, Dreck. Dummes Zeichen. Ja, das sollte das Letzte sein, was man zumacht. Weil man soll immer eine Tür aufmachen zum Reden, oder nicht? Ja. Mann. Herr Tuttenhofer, wer ist Ihr Lieblingskoalitionspartner, wenn Sie über die Zähne kommen? Ja, das hängt von... Ich habe das ja vorhin angedeutet. Ja. Das hängt davon ab, wer auf die zentralen Punkte eingeht. Ja, das wird schwer. Nee, ich glaube dran, dass Politiker bereit sind, auf Kriege zu verzichten. Das kriegt man hin und wenn der Preis, den man dafür bekommt, die Macht ist, hallo. Und wäre das nicht toll, wenn Deutschland sagt, wir beteiligen uns an keinem Krieg mehr? Ja, klar, aber das ist doch. Wäre doch klasse. Wäre das nicht toll, wenn wir sagen würden, es gibt keine Waffenlieferungen mehr in Krisengebiete? Aber ist das realistisch? Ja, warum denn nicht? Ja, nicht, dass ich jetzt für Krieg bin, ich bin absoluter Pazifist, ich bin Perser. Aber es geht ja darum, es geht ja um, ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch, vielleicht ist es auch falsche Glaubenssätze, die in meinem Kopf stecken geblieben sind, weil ich so viele Nachrichten gucke. Aber ich habe das Gefühl, wenn man nicht mitspielt mit den Amis, mit den Franzosen, ganzen Waffenlieferungen und, 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 vielleicht verliert man irgendwas. Keine Ahnung, Macht, Position. Also, ich würde die strategische Partnerschaft mit Amerika nie aufgeben, aber ich wäre nicht so unterwürfig, wie wir das sind. Und immer, aye aye sir, und das machen, was die Amerikaner wollen, wenn die Amerikaner sagen, in dem Krieg geht der mit, mitgehen und dass man sich auch wehren kann und weigern kann, hat man ja gesehen, im Irakkrieg. Da hat Schröder gesagt, ich mache nicht mit. Ja, stimmt. Und was war der Schaden? Null. Wir waren nicht beteiligt an den über einer Million, die im Irak umgebracht worden sind, im Irakkrieg. Und ich glaube, dass das geht. Und was natürlich auch wichtig wäre, ist, dass man, also Amerika ist ein wichtiger Partner, den wir auch halten sollten. Aber wichtig wäre auch, dass wir ein vernünftiges Verhältnis zu Russland haben. Und schrittweise eine strategische Partnerschaft mit Russland aufbauen. Und jetzt fallen Ihnen alle sofort ein, mit Russland strategische Partnerschaft, aber uns hat man doch jeden Tag gesagt, das sind die Bösen. Ja, aber wir... Aber das sagt man uns doch regelmäßig, dass immer einer... Alles... Ja, die Sache ist halt, ja, Entschuldigung, ich unterbreche, die Sache ist, ich meine, wir haben jetzt vier Jahre Trump hinter uns. Wer ist schlimmer als Trump? Also mit dem wir in Partnerschaft sind. Kann mir keinen schlimmeren vorstellen als Trump. Ich bringe natürlich dann immer das Beispiel Nawalny. Ich bin auch der Meinung, dass wir, dass man, dass das nicht klug war, dass die russische Regierung Nawalny verhaftet hat. Aber wir haben auch ein etwas falsches Bild von Nawalny. Nawalny ist rechter Flügel der AfD. Nawalny bezeichnet Muslime als Kakerlaken. Okay, das wusste ich auch nicht. Und also rechter, Rechtspopulist... Noch mal rechter. Rechtspopulist und er ist auch gefragt worden, ob er zu diesen Äußerungen, die schon ein bisschen her sind, noch steht und hat gesagt, ja, er möchte mit allen sprechen können. Und das ist auch seine Meinung. Ich sage trotzdem, wir sollten uns dafür einsetzen, dass er freigelassen wird. Wir sollten uns aber genauso dafür einsetzen, dass Julian Assange freigelassen wird. Tun wir das? Wir sollten uns dafür einsetzen, dass aus Russland Leute, die dorthin geflohen sind, freigelassen werden. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass in Guantanamo, wo immer noch 40 Menschen sitzen, ohne einen Gerichtsprozess. Die sind noch immer da in diesem Gefängnis. Und da setzen wir uns nicht ein, da sollten wir uns auch dafür einsetzen. Witzig, dass es das noch gibt. Obama hat gesagt, wenn er Präsident wird, wird er das auflösen. Gibt es immer noch. Er hat es sich nicht durchgesetzt, ja. Aber ich wollte nur sagen, wenn man das Image Russlands an Nawalny festmacht, das sehen wir ganz schlecht aus. Ja, oder an Putin. Ich weiß das. Wir müssen auch schauen, dass wir, also jetzt gesprochen als Deutschland sozusagen, dass man mit allen irgendwie versucht zu reden. Die Kunst eines Politikers besteht nicht daran, möglichst viele Feinde für sein Land zu schaffen. Ja, möglichst viele Freunde. Ja klar. Die Sache ist halt, wir sind mit, ja wir sagen immer, wir haben eine Partnerschaft in den USA. Ist ein bisschen im Ungleichgewicht geraten vielleicht. Ja, das ist, wir haben das wieder zurückerobernd. Bisschen, paar Meter, oder? Das ist halt, der eine Partner ist so und der andere ist so. Aber das ist auch eine Frage der Persönlichkeiten. Wenn Sie halt einen Außenminister haben wie Maas, so der... Och, so witzig. Aber es ist so witzig, dass das an sowas liegt. An einen Typen, ob der gut reden kann oder nicht. Das ist so witzig, dass es nur daran liegt. Ja, aber er tritt halt nicht selbstbewusst genug. Und man könnte ja mal sagen, hallo, ich als Deutscher finde es nicht gut. Er müsste ja nicht mal selbstbewusst sein. Er könnte ja sagen, ich mag euch ja, aber meine Chefin drüben in Deutschland, die hat gesagt, ich darf das nicht machen. Ich würde das voll gerne machen. So eine Distanzverschiebung schaffen. Ich mag euch. Und die geht, die würde funktionieren. Ja, aber die würde funktionieren. Und dass mal ein Deutscher sagt, hallo, der Snowden. Ja. Ich meine, wenn ich den sprechen wäre, muss ich eine Internetdiskussion machen. Haben wir in München, hat eine Organisation mal gemacht und da ist ein scheuer, schüchterner Mann. Und der hat Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt. Ja. Und ich finde halt, ins Gefängnis oder ausgewiesen werden sollten oder verfolgt werden sollten die, die Kriegsverbrechen beginnen. Und nicht die, die sie aufdecken. Und das ist irgendwo verdrehte Welt. Und ich finde, in Amerika gibt es immer noch tolle Sachen. Also New York zum Beispiel eine tolle Stadt. Da sieht man, wie Amerika sein könnte. Naja. Ja, Amerika, also über Amerika können wir wahrscheinlich noch mal eine Stunde reden. Das ist ja, ich war ja ein paar Mal da. Du warst eine Straße, die so die meisten Obdachlosen der Welt irgendwie an einer Straße. Und eine Straße weiter ist diese Hollywood Boulevard. Wo ich zum ersten Mal in Hollywood war, 2015 war ich da, habe ich gedacht, wow, das wird so krass. Wir werden so viele Fotos machen. Erstmal noch ein paar Aquafilme eingeladen. Und dann komme ich dahin, dann habe ich zwei Fotos gemacht, da war die Straße schon vorbei. Chinese Theater und dann ist vorbei. Und dann ist der erste mit Heroin-Spritze und dann kommt diese Straße und dann wird es dunkel. Und dann sind nur noch Obdachlose. Und dann gibt es noch so ein paar normale. Also erste Welt, zweite Welt, dritte Welt, alles in einem. Das ist verrückt. Die Amis sind so crazy, wenn der einer, wie Obama zum Beispiel sagt, ey, wir brauchen eine Versicherung für alle. Nein, das brauchen wir. Sie haben so Angst, Freiheit abzugeben, oder was Pseudo. Die haben so Angst, die haben so Angst vor Kommunismus und Sozialismus. Wenn irgendwas für alle ist, dann direkt, nein, das ist sozialistisch. Krankenkasse für alle, nein, das ist sozialistisch. Das ist so, ich weiß nicht. Unglaublich. Ja, also da geht es uns, was Sozialstaat anlangt in Deutschland, schon viel besser. Viel besser, oder? Viel geiler. Wenn du da arm und krank bist, hast du die Arschkarte. Ja, es gibt kein Netz, es gibt kein Netz, ja. Oh Mann, Herr Totenwürfer, Sie sind auf Wahlkampf, Sie haben wenig Zeit. Leute, der Jürgen war heute schon, wie viele Termine hast du heute schon gemacht? Weiß ich nicht. Der wichtigste Termin ist immer die Lektüre von Zeitungen. Also, ich mache Termine und es macht ja Spaß, Menschen zu treffen. Es ist jetzt auch keine Anstrengung, mit euch zusammen zu sitzen. Nein, nein, klar. Du wolltest mir damit sagen, du möchtest jetzt langsam ins Bett, ja. Ich dachte, du willst langsam los. Ich könnte wahrscheinlich mit dir drei, vier, fünf Stunden weiterquatschen. Ich kann ja nur lernen. Ist ja klar. Nee, ich kann auch lernen, weil du stellst die richtigen Fragen. Ist schon gut. Danke. Also, sollen wir nochmal die Fanfragen durchgehen? Wir haben ein paar Fragen aus dem Internet gesammelt, nicht viele. Wenn ich irgendwo noch Wasser kriegen könnte. Kann einer noch Wasser besorgen, bevor wir mit der Schweizer Botschaft das klären müssen? Freunde, yes, yes, yo. Tja, jetzt habt ihr es gehört. Was sagt ihr nun? Wäre das was für euch? Würdet ihr sagen, ey, pass auf. Ich wähle normalerweise das und das. Jetzt würde ich auch mal Tottenhöfer wählen. Team Tottenhöfer. Oder sagt ihr, ey, du, das würde ich mal gerne wissen. Ich habe noch nie gewählt, aber das interessiert mich. Oder sagt ihr, Dicker, der labert dieselbe Scheiße wie alle anderen Politiker. Ich werde weiter an flache Erde glauben und mich auch nicht impfen lassen. Nein, Freunde, wirklich wahr. Wirklich die Wahrheit. Schreibt es mir in die Kommentare. Was werdet ihr tun? Ist das was für euch? Kanntet ihr den Tottenhöfer sowieso? Ernsthaft, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich hier interessieren, was ihr dazu sagt. Weil, wie gesagt, ich bin ja auch immer kritisch. Mein, er war, ist ein sympathischer Dude, hat viel erlebt und alles. Aber ich traue Politiker und generell nicht. Nicht zwei Meter über den Weg. Freunde, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, Fragen. Fanfragen. Normalerweise heißt es ja Fanfragen. Ich würde sagen, diesmal Communityfragen, weil es sind nicht unbedingt Fans dabei. Außer viel Kritik dabei. Also in der nächsten Folge haben wir Fragen an Tottenhöfer, an Jürgen gestellt. Also eure Fragen habe ich ein bisschen vorgetragen. Ein paar wurden ja hier auch schon mal antwortet. Also wir sehen uns dann noch einmal wieder. Freunde, Gang-Zeichen, damit ihr wisst, auch wenn ich Politiker in die Sendung hole, das hier bleibt weiterhin eine Schlagereske-Sendung. Gang-Zeichen, damit alle wissen, wir sind cool. Ha! Swag, muss nicht?